Getränke, die der Bayer nicht gebraucht Heit gibt's einen schorfen Neger Kim Shing Ei! Kim Shing Ei! Was braucht man dazu? Wir brauchen zum schorfen Neger einen Walzenstutzen, weil ein Neger in Bayern isst ein Cola-Walzen und das wird auch immer ein Neger bleiben, weil es schon immer ein Neger war, ob es euch passt oder nicht, dass das klar ist. Dann braucht man natürlich ein Weißbier dazu, weil das machen wir jetzt gleich mal auf und dann schenken wir schon mal den Teil rein. Und normalerweise ist ja im Cola-Walzen im Neger eine Cola drin, aber nicht beim schorfen Neger, beim schorfen Neger ist ein Pushkin Black Sand drin. Jawoll! Und den schieben wir uns jetzt da rein, man kann auch was anderes nehmen, so was wie ein Weimbrand zum Beispiel, gell? Eine wunderschöne, schöne lila Farbe, weil beim Schmusen ein bisschen aufpassen, weil das könnte ein richtig kreislicher Pläschel werden. In diesem Sinne, auf zum schorfen Neger! Trickspruch! Wenn dich einer Pudelnackt von hinten an der Nudel packt, wenn dir also Gutes widerfährt, das ist eine schorfen Neger wert! Prost! Prost! Pum! Prost! 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 Leck mich aber aus. Oh, der beißt. Du gehst kurz auf mit mir. Ich geh da rüber. Scheiße. Oh, ist dir süß.